wir haben auf die karte so da war nacken dran was das belohnung sprint rennen teleportieren war damit ist ja alles immer mal so ein bisschen in jetzt ein haken so diese old stern ist so ja wohl genau machen wir machen wir hier machen wir da die da die da da die walter bühne da tut sich haben froh gelbe ecke blauer golf und so virus jetzt brauchen wir nicht viel driften ich bin auch noch da vergiss das nicht ja jetzt ist gleich wieder endend drehzahl bereich wo der golf dann nicht weiter kann die erster mit zwei umfassen aber dafür muss ich mal sagen bleibt er gut in der also so den hätte ich gerne bei diesen gold oder schönen land schadelle da man dann bleibt schön allerdings nur die qualität ist bisher versprungen liegen weil ich das zurück stehe zum stelle wieder dann lag das wieder bei mir weil ich muss noch ein bisschen leicht an zu dann das so eben bisschen geht tut mir leid dafür dass das alles nicht so ganz klar ist aber ich hatte einfach mal wieder nicht was viel zu spielen ja ist klar wenn du sagst doch die karte kaputt fahren oder ja aber dann ist es das hat mich jetzt wieder zeit gekostet heiliger bimmel auch gott sei dank da hat nicht weit war gut dass ich gut vorsprung ausgeholt hatte maa das ist ja echt mal extrem kräftig so drei und zwei anführung schnappschuss hochgeladen ja wenn du meinst ich habe einen schnappschuss gemacht dann träumen mal dabei davon so was haben wir hier äh trifft contest belohnung was auto und dort driften winkeln geschwinkt habe ich dann nicht gemacht da war man hat nach weitermal in das trend sind eigentlich trifft ein bisschen kolo zusammenspann auch darüber ist über wie ich ja feststellen muss sind hier ja die also das geld man kriegt ja schnell geld zusammen also denke mal ein bisschen sparen haben wir schnell geld für lamborghini oder sowas zusammen wir müssen uns erst mal hinter der karre suchen komm 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 mach komm 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 das So, wir waren an die Tür von Ben. Entschuldigung, dass ich gerade ruhig bin, aber manchmal kann man nicht mehr als nur schweigen. Ah, schade, verpennt. Wow, wow. Das war mal, äh, das war ein intensiver Drücker. Gut, er gerade wieder rein. Aber 61.000 ist doch mal ein nettes Teil. Ja, sehr schön. Ah, fast Level 24. Halt mal an. So, okay. Hey, Robin, hier. Hast du Lust? Für was? Hey, Robin, hier. Hab Lust zu driften. Rate, wer da sein wird. Risky Devil. Willst du mitmachen? Nee. Ja, ja. Was haben wir hier? Äh, Belohnungen, Zeit fahren, der Puls der Stadt. Ja, komm, mach mal dann auch noch mal mit hier. Dann haben wir dann auch hier unten auch den Haken drinnen. Den Haken rein! La, 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 la. Und wenn sie Walter Müller steht, der Wut, sie's haben, froh. Die gelbe Post, die macht mir Mut. Hoi, 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 hoi. Ah! So, sa, guier. So, 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 so. Nö, meine Zier einlaufen. 1.16. 1.54. Was? Hä? Was meint der denn? Was? 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 2 Minuten Fahrt knapp da geht also total da unten in den Keller mit der Kurve habe ich jetzt aber nicht gerechnet Alter Alter Verwalter habe ich den Golf aber reingeschmissen Junge das war überhaupt nicht geplant 1,24 das war schnell ja gut die haben das deswegen 1 fast 2 Minuten draus gemacht wegen diesen 2 Kurven da jetzt weil man sich dann doch dann echt mal schon ein bisschen reinfuchst halt an Schnappschuss hochgeladen ja du dein bescheuerter Schnappschuss mal ganz ehrlich so da haben wir jetzt auch bald hin was hast du hier Driftversuch Belohnung Driftversuch was ist das Manus achso Manu ach das ist das Manuela ach ne das heißt ja Manu Manu manuel ah ah ihr kennt das nicht ne die 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 so interagierte liebe Zuschauer hier mal ein bisschen so mit ins Let's Play rein rein ich geb ihn doch gar nicht mehr äh 30.000 ha du wolltest oha ja da kommt jetzt ein Zug aus dem Tunnel so Manu da wollen wir mal driften wir zwei hüpfen so und ich und wir beide zusammen oh der Golf komm das war nicht was in der freien in der karriere sogar selbst hier eiii 13.000 was ist das für eine kapaten ich heiße hier ein bisschen aber auch bei Ibus auch wenn die Nitro dann geht der aber auch ja auch mann wenn du solche strecken nicht kennst wie willst du die dann auch noch fahren ja 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 dreck scheiß manu du gehst mehr auf und sagt was hast du da so dass du den nicht kommen noch mal noch mal noch mal So. Wo war der Kack? Ja. Das ist ja... Ja, steht zwar ein Haken dran, dass wir es gefahren sind, aber nicht, dass wir es bestanden haben. Das finde ich, das hätten sie besser machen können. Und das ist ein bisschen Kacka. Das heißt, du denkst dann, du hast das fertig, kommst aber nicht hinterher, nicht wirklich irgendwo weiter, weil du da eventuell diese Strecke noch mal machen musst. Oh, Golf dazu. Und auf niedrige Drehzahlen. Ach, Golf. Ach, Golf. Das war's für heute. Bei der nächsten Kurs muss ich das zusammenkriegen hier. Geh doch mal, du Ochse! Es ist das ein Stück Scheiße. Mann! Du, ich könnte ja eine Boxen, du Lappen, ey. Jawohl! Boah, das war aber echt hirnknapp, ey. Oh, ich hab die Punkte, die ich jetzt hier gedrückt hab, nochmal gekriegt, oder wie war das? Boah, Manu, du gehst mir echt mal auf den Sender, ey. Dann bremst der Affe da auch noch ab, ey. Gut, vielleicht nicht schlecht, dann hätte ich vielleicht vorher nicht gedrückt. Keine Ahnung. Will ich gar nicht wissen jetzt. Komm, halt an. Halt an! Boah, das dauert echt an. Bis nicht, was mit dir. Die Nacht ist nicht zu Ende. Der nächste Lauf wartet schon. Wir sehen uns. So, damit noch nicht eine eingeschnappte Sch... So, was ist jetzt hier? Wie heißt das? Manu, Manu, Manu ist gelb. Manu ist gelb. Hier, Sternchen. Teleportieren. Manu, oh Manu. Ich krieg hier Nachrichten, hier gehen nochmal Nachrichten und du was und ich. So, was haben wir hier? Nee, wer? Ach, können wir schon mal löschen. So, okay, achso, und trifft rein, jawohl. War das mittel jetzt, ne? Oder? Gewinne, die Drift-Events mit. Manu! Hey, Junge! Geht ihr bereit? Nee, die war's? Nein, gar nicht, überhaupt nicht, ja. Ja, die sind doch alle behindert hier. Behindert. Ja, willst du immer da hinten? Komm rum! Alle driften in der Golf will ich. Komm rum! Oh, der Golf will mehr Kurven fahren. Ach, Manu, du! Voll Pfostenbratze! Jetzt fahr doch mal, du Affe, du! Oh, ist das ein Zombie, Alter! Oh, der Golf will ja. Oh, jetzt hab ich. Das war vorhin aber mega schöner Drift, ey. So, das sind doch mal Driftpunkte, die lassen sich doch wenigstens mal sehen. Schön vom Feld abgesetzt. Nein! Jawohl, wir haben trotzdem gewonnen. Yes, 72.000, so muss man, so muss driften sein Baby. So, Manu, bin mal gespannt, was du jetzt hast. So, überspringen, jawoll. Von dritt, zweimal überspringen, aber das dauert voll ewig. Halt an. So, Manu, ruf an. Schön, komm, was is nu. Schön. Das war echt cool, Bro, wirklich. Hey, Blog soll neue Videos gepostet haben, muss ich mir im Bunker ansehen, mein Telefon spinnt. Naja, vielleicht sehen wir uns da, okay? Bis später. Ohne auf der Karte anzeigen. War das jetzt der nächste Ding? Das wollte ich doch gar nicht. Das muss ich jetzt auf der Karte nochmal gucken. Der wollte ja zum Bunker. Ja, der Lademodus, das ist jetzt wieder mega krass, ey. Location betreten. Alles klar. Zack, zack. Oh, der Golf sieht aus. Aber. Die Post funktioniert. Hey, Peace. Der Block hat wieder echt einen draufgelegt. Was geht ab? Alles gut? Alles gut. Verdammt, ich hätte so gerne einen Huni-Korn-RTR. Genau so. Aims. Bau dir doch einen Huni-Sauce-Rex. Wow. Wie du das mit der Kamera so gemacht hast, für geil. Oh, dann stell dich hinten an, Babe. Hey, warte. Nein, 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 nein. Oder betest du mich etwa schon an? Hm? Äh, äh, äh. Aus der Ferne und mit großem Respekt. Das ist okay. Gut. Ich meine, ich wusste es, aber ich wollte es hören. Wah, 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 wah. Ist das mit dem weg kaputt? Was geht ab? Jo. Denkst du etwa immer noch mit denen hier rum? Sei ruhig. Mann, guck dir, wie Leute Donuts drehen. Yo, Spike. Das hier musst du sehen. Sogar du lässt der Maulwurst-Block respektieren, damit ich mich ganz warm und gemütlich fühle. Im Ernst, Mann. Das ist Spitzenklasse. Hab gehört, er soll sich die Straßen nicht stellen. Ja, das Video kenne ich. Ich muss trotzdem einen Tag für das bisschen Schotter fahren. Ganz toll, Mann. Jeder kann was zusammenschneiden auf dem Laptop und es wirkt gut, weißt du? Was musst du sehen, um überzeugt zu sein? Na, ich meine, lass mal die ganze Video-Maggie weg. Was bleibt dann? Oh, okay. Okay. Hey, 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 pass auf, Mann. Sagen wir... Wir drehen eine Fahrt. In einem Tick, ohne Schnitte. Ja, klar. Ein... ein Tick, Jim Kana. Das ist kein normales Jim Kana. Wir zeigen nochmal... Ken's Fahrt. Move for move. Okay, du bist verrückt. Oh, eins hat recht. Du hast ein Verstand verloren. Okay, was ist, machst du mit? Los geht's. Boom, okay. Eins, zwei, drei. Wir nehmen eure Entschuldigungen dann an. Okay. Da gilt Karten. Ist alles gut. Ich suche nach Plätzen. Ich melde mich. Wir rocken das. Was? Ähm... Ja. Jetzt stehen wir wieder hier draußen. So rum, bum, bum, bum. Das wären wir hier rausgeworfen worden wären. So. Geil, ey. Ja. Also, äh, hey. Hast du Lust auf was? Ach ne, das war ja schon vorbei. Hm. Wir brauchen immer 350 PS. Wir sind jetzt Level 24. Oh, 98.000. Also, da geht schon was. Zur Garage springen. Wir springen jetzt zur Garage. Ja, komm, mach mal. Vielleicht können wir jetzt mal wieder das ein oder andere, äh, Teilchen noch, dass wir auf 350 kommen. Hat mich ja schon interessiert, was die dann für ein Auto, äh, auf Lager hat für uns. So. Äh, warte mal, wie ist die Leistungssteine? Also, warte mal, was das ist denn? Also, SPR. 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 Level 31, okay. Okay. Über Amy's Mission freigeschaltet. Äh. Nachriss Ansaugbrücke. Ja, aber, äh, okay. 342, das Haus da war ganz schön nach oben. Ähm. Über Amy's Mission. Das nervt! Da steht über Amy's Mission freigeschaltet. Ich kann ja nicht mal irgendwie... Okay, warte, bevor ich jetzt überhaupt irgendwas mache, weil ich sage, wir sehen uns. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Äh. Ciao mit V. Ja, willkommen zurück, meine lieben Freunde. Äh. Yeah. Yeah. So. Ähm. Ich hab mal jetzt so ein bisschen mit OBS hantiert, weil ich zwischenzeitlich auch schon stream, äh. Ja, Dead by Daylight und The Crew. Aber da soll jetzt noch ein Spiel dazu kommen. Und ich hab ja zuerst auch nochmal mit OBS, ich hoffe, ich krieg das eben mit meiner, äh, lalalala Stimme noch synchronisiert. Also, ich hab zwei Audiospielen, einmal vom Spiel und einmal von mir selbst. Somit braucht man dann nicht mit Outer City hantieren. Ja. Aber OBS ist halt nicht ganz leicht, um, äh, umgänglich. Ja, genau. So, bevor wir irgendwas anderes machen, ja, wir gucken uns erstmal, äh, äh, Wagen kaufen. Wie, 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 wie haben 98.000? Ne, ich denke nicht, aber wir können ja ... Ich will mal reingucken, dass ich mir vielleicht mal so ein Auge machen kann. Ähm. Ich hab mir die erste Folge jetzt nicht angeguckt, äh, was für nächstes Auto ich schmierhole. Äh, äh, na, 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 na. Tatsächlich entweder ein Sportwagen, Masse Car, Import Tuner oder vielleicht die Nissan Silvia. Nie, 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 nie. Hab den bei World auch schon gehabt, war ja soweit nicht schlecht, da war de, glaube ich, nur 5 Gänge oder so. Und da müsste man dann weitergucken. und da ist 2000 man hat doch schon vielleicht wird es die skyline vielleicht wird sie so baro ich weiß es noch nicht vielleicht auch irgendwie bmw oder da ist er oder ich hol mir halt ein mazelcar ford mustang chevrolet camaro corvette zb mercedes ist ja nicht so dass wir uns sagt eine leistige vielleicht ein porsche ferrari lambo vielleicht nehme ich auch den diabolos keine ahnung ob der was taugen würde oder so aber ich will noch ein bisschen geld sparen somit versuchen wir jetzt einfach mal die gerade verlassen und mach mal irgendwelche events die da oder diese dieses hier huracana oder wie das heißt vom manu zu bestreiten so gut wir es können so ich hoffe doch mal das funktioniert ich könnte natürlich jetzt auch mit webcam aufnehmen aber das mache ich nicht fange es an und dann fange erst ohne an und ja ich hätte dann das letzte doch schon vorher mit der kamera machen sollen so ne da wollte ich jetzt nicht ja ne ja warte mal genau start okay start doch da nachrichten genau so ist und uns das erst mal an nach wiederholen alles klar manu was habe ich lust fahre mit robin und risky devil ja ich weiß gar nicht was ich erst mal mit robin und risky devil oder mit manu ja sie wartet ja auch noch mit 350 besser 330 also machen erst mal robin robin und die die whisky devils risky roski keine ahnung also ich sag ich sag whisky devils also ich finde das geil ja ich habe jetzt etwas länger jetzt nicht mehr niedrig gespielt weil ich zwischenzeitlich noch ich hatte halt genug aufnahmen dass ich erst mal nichts machen brauchte konnte habe halt wie gesagt er war eine runde ein bisschen gestreamt um ein twitch kanal ein bisschen nach oben zu kriegen sofern es geht und ja funktioniert eigentlich ganz gut macht auch mega laune ja manu steigert ein wagen okay das haben wir fahren mit robin und risky dem rohmin crew okay das sind irgendwelche blauen symbole da haben wir so schauen warte mal wo waren wo waren wir denn letztes mal ich glaube da waren wir gestartet das sind also zwei events können dann nehmen wir lieber mit ich nehme es erst mal die store tu mal teleportieren genau ich weiß gar nicht irgendwas wollte ich gerade noch erzählen ich weiß es jetzt aber nicht mehr so ganz genau was das war wir fahren einfach mal ja ich will mir schwebt auch vor ein altes neues let's play also es existierte schon und ich habe es mal ja gelöscht ich fange da neu mit an weil ich einen besseren rechner jetzt habe und wie ihr seht ich habe ein wenig bisschen die bilddings hoch gesetzt damit hatte ich irgendwie so ganz dumm rüberkommt sondern auch etwas klarer ich weiß nicht ob ich noch ein bisschen höher setzen kann ich habe 1680 mal irgendwas habe ich drin anstatt 1920 hat sie am anfang ein bisschen gerunkelt vielleicht kann ich noch ein bisschen nach oben gehen aber so geht das schon mal ganz klar ich meine von der grafik von optik sieht das ja ganz gut aus und einigermaßen flüssig laufen du es auch wenn nicht dann schreibt es meine kommentare oder starten wir mal das event schlagvoll ein fahrer mit robben und whisky devil ja okay wir fahren mit whisky devil borsche natürlich fies wahrscheinlich das hast du gut genutzt aber driftspunkte machen oder was da gehen dann hast du das gesehen direkt von scheinwerfer scheinwerfer boot oder macht der boot ich würde dieses auto ist echt schwer zu fahren vor allem weil jedes mal irgendwie anders umstellen muss halt an acht menschen so wollte ich jetzt aber nicht starten hier ist wer so dann kommen wir an lang hin lang hin so funktioniert das natürlich auch robben hat natürlich jetzt hatte fette punkte abgesagt oh da fängt einer mit dem skyline mit 19.000 ich bin 6 der golf ist echt zu langsam ich muss echt ein schnelles auto kaufen aber ich will mir eine gescheite karre kaufen und ich die scheinwerfer wieder ausmachen mann ey was ist das für eine verruhrte scheins kurve oh mann ich weiß ja nicht welche let's plays ihr liebt ob ich sehr ruhig bleiben soll oder sagen so ein bisschen mehr ja aus der haut fahren und scheiß es kriegen anruf herr 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 Vielen Dank.